Er ist halt ein bisschen penibel, was das Essen angeht. Was die Musik angeht auch. Denn er war schon immer glühender Fan von Deep Purple. Erste Platte von Deep Purple, erster Konzertbesuch. Natürlich ist er zu Deep Purple gerannt. Und jetzt, Jan, folgendes. Wir wissen ja alle, die Truppe gibt's schon lange nicht mehr. Zum Beispiel Richie Blackmore. Der macht jetzt auf Mittelalter in Kutte und will von Deep Purple auch gar nichts mehr wissen. Und auch Jean Lord, einstiger Mitbegründer der Truppe, ist vor langer Zeit ausgestiegen. Aber er wollte es sich nicht nehmen lassen, Jan Fedder heute ganz speziell glücklich zu machen. Lazy. Komponiert hat sie John Lord, der Jimi Hendrix an der Hammond-Orgel. Den hat Jan Fedder sogar schon einmal getroffen. John übt jetzt fleißig für das Geburtstagsständchen. Hi Jan, this is John Lord. Hallo lieber Jan. Ich sitze hier und überlege die ganze Zeit, wie ich es dir sagen soll. Also, nur zwei Worte. Happy Birthday. Mein Geschenk? Ich lade dich zu meinem nächsten Konzert in Hamburg ein. Am 12. Februar in der Musikhalle. Speziell für dich werde ich da einen guten alten Deep Purple Song spielen. Maybe I might play that night a very old Deep Purple Song for you. Happy Geburtstag. Ja. Lieber Jan. Lief Sitten, meine Jungen. Einmal Original Deep Purple aus den guten alten Tagen. Ich denke, du wirst es in Ehren halten. Unterschrieben ist es auch. Das ist das Erste. Ich darf sie einfach mal kurz vorne hinstellen. Wir zeigen das mal, bitte. Das Zweite allerdings. Ich weiß nicht, wo John Lord das ausgegraben hat. Also, hier steht noch, hör zu drauf. Dieses Logo gibt es schon längst nicht mehr. Machine Head. Wahrscheinlich hast du sie aber nicht unterschrieben. Es ist eine absolute Realität. Sammlerstück passt unheimlich gut in deine Sammlung. Super. Die Platte von Deep Purple. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen. Du bist eingeladen auf ein Konzert. Das sind die zwei Karten. Backstage. Und natürlich. John Lord hat versprochen, einen alten Klassiker für euch zu spielen. Denn das sind natürlich zwei Karten. Für Jan und natürlich. Bitteschön. Für Jan. Und für das größte Geschenk. Vielen Dank, dass das Leben Jan gemacht hat. Das ist seine Frau Marion. Und für eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung haben wir Marion auf den Kiez begleitet. Und für eine ganz besondere Geburtstagsbund. Vielen Dank.